Rate mal, was ich gerade herausgefunden habe. Raus mit der Sprache. Richtig? Sag es mir direkt. Sag es mir im Klartext. Schau nur. Schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell. Sei kein ungläubiger Thomas. Sieh dir das an. Sieh es von der positiven Seite. Sieh nur, wie spät es ist. Ich muss wirklich gehen. So ist das Leben. So ist das nun mal. So ist es nun einmal. So oder so. So scheint es jedenfalls. So scheint es. So zu sagen. Um es kurz zu machen. Um es zu wiederholen. Unglaublich. Unnötiges Gerede. Verschone mich nicht. Verstehst du, was ich sagen will? Verzeih meine Ausdrucksweise. Wahr. Warum sollte ich lügen? Was auch immer du bevorzugst. Was auch immer sein wird, wird sein. Was auch immer. Egal was. Was auch immer. Was ist der Punkt? Was ist die Quintessenz? Was kann schief gehen? Was kommt, das kommt. Was meinen Sie damit? Was sein wird, wird sein. Was soll schief gehen? Was versuchst du mir zu sagen? Was willst du damit sagen? Was willst du mir damit sagen? Weiß Gott. Weißt du was? Weißt du, was ich meine? Wenn du weißt, was ich meine. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß. Wenn ich darf. Wenn ich muss. Wenn ich nur die Uhr zurückdrehen könnte. Wenn man so will. Wer bin ich, dass ich das in Frage stelle. Wer weiß das schon? Wie denn? Wie du schon sagtest. Wie du willst. Wie ich immer zu sagen pflege. Wie ich schon sagte. Wie man sich bettet, so liegt man. Wie oft muss ich es dir noch sagen. Willst du es mir erzählen? Wir haben es schon gehört. Wir haben es schon verstanden. Wir haben keine Alternative. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Pläne machen, um uns irgendwann zu treffen. Woher soll ich das wissen? Woher sollte ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Ich weiß es wirklich nicht. Woher sollte ich das wissen? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Worauf läuft das alles hinaus? Worauf willst du hinaus? Worum geht es? Würde ich dich anlügen? Würde ich lügen? Zurück zum Punkt. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema.